Was auf jeden Fall geil ist, für Schalke. Tirodde geht sehr wahrscheinlich zu Dortmund, das heißt, er fehlt heute. Ist wichtig für uns, also ist gut für uns. Bei Schalke fehlt leider Tirodde. Also beide Number One Stürmer, würde ich sagen, sind nicht am Start. Mal schauen. Ich glaube, wir haben ganz gute Karten. Ich habe echt drauf gedauert.